Hey, Freunde! Hilfe! Nicht bewegen! Ganz cool bleiben! Pass aus, gleich kommst du unten wieder raus! Hallo, habt ihr 300 Jumbo-Pizzas bestellt? Genau! Das macht dann 3000 in uns Kohle her! Wir bekommen doch sicher ein Rabattchen! Nö! Gib mir meine Kohle! Du bist echt ein krasser Abzocker! Da kriegst du ein Auge, wa? Dieser Heuschnupfen bringt mich doch um! Hier hast du dein Geld, Kleiner! Vielen Dank, mein Herr! Und fahr vorsichtig! Stilz zu diesem Erdnuckel! Ach, das war extrem schmacko-kowski! Hey, guckt euch mal Flags dran! Sieht aus wie eine Vollsocke! Hängt mir ein Willi aus der Nase, oder was ist los? Nicht zu passen, er hat's noch nicht mal gemerkt! Das ist nicht lustig! Oh, doch, das ist es wohl! Ihr seid doch vollmöhrig! Ihr habt mir bestimmt was auf den Buckel geklickt! Keine Tipp! Mit siehst du ein bisschen hohl aus, aber ohne siehst du voll hohl aus! Oh nein! Meine Mütze! Was habt ihr damit gemacht? Du hast sie doch, oder? Also, das ist nicht der totale Kracherkeule! Bloß weil wir uns wegpacken, hält's das noch lange nicht, dass wir deine Mütze haben! Kapische? Echt jetzt? Ja, echt jetzt! So, jetzt klingelt's, ihr wart es doch! Du bist echt die totale Loser-Rübe! Ich hab dir verklinkert, wir waren's nicht! Und jetzt kriegt den Furz wieder aus dem Hirn! Auf jeden, ihr wart's! Na los, zock mit! Ach, du bist eine Spaßklemme! Lieber ein bisschen klemmen, als ein linker Langfinger zu sein! Kleine Anfrage, darf ich mich zu euch aufs Grüne drapieren? Lachsen! Lachsen! Lass das sein, so ein Späule! Was soll ich sein lassen? Wann warst du eigentlich das letzte Mal auf dem Klo? Ich glaub, dir wächst irgendwas aus der Hosentasche raus! Das hat jemand in der Pfanne verrückt! Schreck, jetzt werd ich auch noch Papi! Wow! Und das Gür hat schon Latschengröße 45! Ich hätt's mir denken können! Meine Gehäkelte ist immer noch auf Abwägen! Was machst du eigentlich in meiner Hosentasche? Die klapperdicht! Mir fehlt meine Bebeute! Wo hast du sie verstoßen? Ja, Schäden! Wo ist sie? Dein Blutdruckkeule! Trink erstmal einen Mucke vor! Ich sehe euch! Nix ist mit verdrücken! Mit dir macht's keinen Spaß! Genau, wir decken dann mal aus! Niemand macht hier eine Flocke, klar? Schnell, ab durch Fenster los! Die Party ist noch voll am Lauf! Und jetzt spielen wir Onkel Doktor! Runter mit den Klomatten! Meinst du, er will uns auch noch in den Hintern reingucken? Das wär mir arschunangenehm! Wisst ihr was? Ich glaub, er will uns aufbringen! Und dann will er uns sicher fressen! Nö, Nixer! Auch Nixer! Auch Nixer! Ahaha! Wo ist meine Mütze? Ich glaub, jetzt wird's Zeit für Plan B! Für die endgültige Leibesvisitation mit geringfügigen Nachwirkungen hab ich Sprühpflaster am Start! Hilfe! Polizei! Feuerwehrmanni! Ich seh' euch! Rück die Wolle raus! Wir müssen unbedingt Hilfe rufen! Ich hab mein Handy dabei! Okay, und wen bimmeln wir an? Keine Ahnung! Aufgemerkt, ich hab' nen Supi-Plan! Super Pizza steht zu Dienst! Hilfe! Uns will ich immer zersägen! Tut mir leid, keine Hilfe! Nur Pizza! Oh, okay, dann einmal Pizza Express, bitte! Ich will Oliven drauf! Und ich Banane! Halbe Stunde oder für lau, klar? Schon unterwegs! Also mit ein bisschen Glück lässt uns Flex noch ne letzte Pizza schnabulieren! Wir müssen alle abkratzen! Oh, ich hab' das ohne alles entwicklen! Bei mir klickert's! Wir basteln ihm einfach eine neue Mütze. Hier ist euer Sexy. Was? Wir kommen gleich in die Urne und du willst das stricken? Das kriegst du auf jeden nicht auf die Pfanne, aber wir haben deine Mütze. Aufgetan. Sie sind das Urinal gefallen. Oh ja, ja. Tut mir leidchen, ich bin ein bisschen ausgefilmt. Das hätte doch jedem passieren. Lass stecken, Freunde. Ich mach auf. 29 Minuten und 59 Sekunden. Das macht er 2000 Pindunzen. Da, bitte Salami Pelle. Und das ist betriggend und geizert. Ja, ich hab mir Pizza zum Abfeiern. Was soll das sein? Oh, übel. Wir hatten die Muscheln geordert. Jetzt hab ich euch aber erschreckt.